du sag mal geht die der siegfried hat gefragt ob wir morgen nach oberkrämmer kommen da hat er mit dem einhause veranstaltung auf ein gläschen rosé wie sieht das aus hast du lust wollen wir runterfahren geht die die dann trinkt doch mal ein schluck hast du da nichts zu trinken na mensch brauchst du hilfe